Nee, ich bin in diesem Dom und räum hier alles ab. Oh, jetzt bin ich ja gerade durchgestunken, so wie der Herz... Stark. Dachte mal, jetzt mach ich mal einen Chance. Ja, z.B. so. Das ist Silberein. Das ist ja schon ganz, ganz... Wenn? Wenn? Genau, jetzt könnte ich hier auch wieder tanzen. Aber das will ich jetzt ja nicht, oder? Und immer das debile Lächeln dabei. Bloß nicht aufgeben, genau. Ja, genau. Guck mal. Guck mal. Dank Björn, hüpft jetzt auf den... Das kann ich, das kann... Jetzt ist hier richtig schlecht. Und das geht immer wieder rauf und runter, aber jetzt bin ich weg.